Jo moin Leute, herzlich willkommen zum Tippspiel am 7. Tag der Darts WM, die Nachmittagssession. Nathan Espinel gegen Gerd Netsjes. 3 zu 0 für Espinel. Dann Jeffrey de Graaf gegen Noël Malic Stimm. 3 zu 0 für Jeffrey de Graaf. Und Joe Cullen gegen Gwen Dolan. 2 zu 3 für Dolan. So, lasst ein Like, ein Abo da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao!